Wir gehen in ein Superwahljahr. Jede Stimme für die Linke ist eine Stimme für den gesetzlichen Mindestlohn, für höhere Löhne, für höhere Renten, für ein besseres Gesundheitswesen, für gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West, für mehr Umweltschutz und für den Frieden. Oder anders ausgedrückt, jede Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen Hartz IV, gegen die Agenda 2010 und gegen Armut und Krieg. Die Wahlkämpfe im Jahr 2009 erfordern viele gute Ideen, großen persönlichen Einsatz und sie kosten eine Menge Geld. Unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer sollen und wollen etwas in der Hand haben, worüber sie mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir brauchen Anzeigen und Plakate, Zeitungen und Broschüren, Fernseh- und Kinospots und vieles andere mehr. Die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen hat die Weltfinanzkrise erst ermöglicht. Nur die ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen führt dazu, dass immer mehr Menschen ihr Geld ins Casino tragen und dort verzocken. Für diese falsche Politik erhalten CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne viel Geld von Banken, Versicherungen und Konzernen. Die Linke nicht. Deshalb bitten wir Dich um Spenden, denn wir wollen keine gekaufte Demokratie. Damit wir nicht mehr überhört werden können, müssen wir stärker werden. Damit die Linke stärker wird, braucht es nicht zuletzt gute Wahlkämpfe und Geld. Deshalb bitten wir auch um Deinen Beitrag. Spende jetzt hier und werde selbst im Wahlkampf aktiv. Spend und